Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie uns für die Tage die Geheimdienste zugestellt haben. Wir haben auch festgestellt, wie wir uns in der Freude war ich gerade die Geheimdienste zu verbringen. Ich hätte aber auch sehr gefühlt von Ihnen geholfen, dass Sie die zwei Tage treffen. Wir werden dann gleich beginnen und wünschen Sie eine und wünschen Sie, dass Sie die Zauberarbeitung machen. Ist das noch besser? Ist das noch besser? Alles klar, danke. Ich wünsche Ihnen einen Hinweis für uns, dass Sie die Zauberarbeitung machen können. Mit Urfahrten sprechen Sie die Zauberarbeitung mehr. Aber ich möchte keine Worten, meine Kindheit geben, wo Sie heute freuen. Es wird heute und morgen, die Schanzer, die auch kommen, die werden, ich weiß nicht, heute oder morgen, über einen längeren Zeitraum komplett ausdrücken, wollen auch hier ein Mensch spielen, auf dem, es wird da ein Bild gedreht, der dann vielleicht auch später, dann noch ein Mensch zu sehen sein wird. Sollte jemand, wir haben zwar auch ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, Sollte jemand, das gegen seine Zeitrechte aufgenommen werden, kann man in seinem Reich erzeugt anmelden, wenn er sieht, dass da jemand die Kamera aufnimmt. Das nur als gut heißt, den Sie eben gestört sind. So, ich möchte jetzt mal als erstes mal zu Wort unseren Klassentheber, Herrn Bremich, für Fahrradzentrum. Herr Bremich, meine sehr geehrten Damen und Herren, den Sportler, die mit Ihnen heute. Ja, erst einmal herzlichen Dank an Herrn Schmidt und den ganzen Team. Der Edeka-Kart ist natürlich falsch ab. Er ist nicht seit gestern, sondern seit Monaten ist in der Vorbereitung mit seinem Team sehr gewissenhaft. Jedes Detail ist wichtig, der spielt sie. Wir haben ja einen tollen Job mit dem Team und jeder Sportler, der wollte mit dabei sein, war. Das ist eine tolle Aktion. Vielen, vielen Dank Ihnen und Ihren Team. Ja, ich darf Sie herzlich herzlich begrüßen hier in den Hall des G2 der Stadt Neuer, der Bezirksportanlage in Nordost. Wir freuen uns das zweite Mal. Der Edeka-Tischtenniskampf bereitet ja im nächsten Jahr fester Bestandteil hier vor Ort. Wir würden uns freuen, ein Highlight für jeden Tischtennisspieler, ein Highlight aber auch für denjenigen, der einfach mal einen Blick in diese Halle wirft. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei seien und Sie auch beim Sport nachgehen. Die Temperaturen machen uns ein bisschen einfacher. Da sieht man sich gleich noch raus, hier kann man auch noch einen Weiher zu liegen. Aber der Sportler muss auch durch die schwierigen Zeiten gehen und das heißt, er muss natürlich auch an diesem Tag, wenn er ein bisschen wärmer ist, mit seinen Emotionen kämpfen und trotzdem das Beste herauszuholen. Für unseren Sportverein ist es immer wichtig, dass es Wehrwettkämpfe sind, dass ein Streit entsteht an der Matte, dass der Ehrgeiz da ist, dass man natürlich Konkurrent erstmal ist oder jeder andere Konkurrent ist und wenn man wieder raus geht, ja, hat man sich doch gern, und die Sportler geht weiter, und der Sport steht im Mittelpunkt. Ich wünsche euch wieder voll. Ja, wir haben uns das nächste Ausgabe, der erste Preis zu mir bis Kulto-Praktik, da springt einer los raus. Das würde jeder gerne mitnehmen. Ich drücke jeden die Daumen und hoffe, für eine Wettkarte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte euch auch herzlich herzlich begrüßen. Ich hätte lieber ein paar ordnungsmäßige Anleitungen zu machen und zwar würde ich bitte keine Getränke oder Taschen oder Ähnliches mit an den Tisch nehmen. Wer gerne einfach mitnehmen möchte, der sollte das dann bitte unter den Tisch hängen, also nicht irgendwie auf den anderen abhängen. Aber ich möchte auch bitten, dass man die Einschüttzeiten an Tausenzeiten möglichst eingeteilt ist, damit das jetzt zu dir auch nicht unbedingt in die Nähe gezogen wird. Ich bitte gerne an den Tisch darauf, dass wir versuchen, möglichst auch erforderlich mit den Ausstieg zu machen. Nun wünsche ich euch einfach noch eine schöne und gute Sprechung. Danke. Ich habe euch gerade erfahren, dass es gerade bei einer Fülle ist eine Überschüttelung der Einrichtung. Wer kann sich auch sagen, ich kann sehen, dass es aber eine arme Nummer meint. Also Sand noch etwas in der Schüttel werden. Die Bühnen Çift wird zugeben, und dann schauen wir wissen, schön über people. Dann wird auch nicht stebiert, oder? Check're an die Bühnen wir hier drauf. Und wenn auch die dizelung der Göttern. Dann sind wir da.